Musik Also ich finde, die Stimmung ist hier gut, die Resonanz ist gut, ich freue mich richtig. Das macht mich auch zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren diese Hochschultage auch weiter fortsetzen werden. Musik Es ist einfach wichtig, dass man für sich den richtigen Weg entscheidet, dass man viel ausprobiert. Und gerade nach der Schule ist es eine schwierige Entscheidung. Hier kann man sich einfach mal persönlich schon mit den Menschen dahinter unterhalten. Musik Ich habe das Gefühl, dass das Angebot für Schülerinnen und Schüler sehr breit ist. Es gibt wirklich viele Hochschulen, die hier auch dabei sind, sodass die Schülerinnen sich wirklich umfangreich informieren können. Also viele interessierte Schülerinnen und Schüler und macht auf jeden Fall Spaß, hier zu sein. Musik Wenn man sich unsicher ist, in welche Richtung es gehen sollte nach dem Abitur, ist es auf jeden Fall wichtig, vieles auszuprobieren, da man so auch wirklich auf lange Sicht, später auch im Berufsleben, sehr lange Spaß daran haben wird, was man tut. Musik Ich würde es auch sehr schön finden, wenn der Hochschultag für weitere zehn Jahre so erhalten bleibt und dass die Schüler auch in Zukunft die Möglichkeit haben, sich hier zu informieren, weil es echt eine super Anlaufstelle ist. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.